Liebe Schüler und Schülerinnen, es geht natürlich hartig weiter. Also meine erste Frage dazu lautet, wie oft konnte Herwe Brohaska als Spieler, also auch als Trainer, insgesamt den Cup gewinnen? Ihr wisst schon, dass Herwe Brohaska ist einer, der mir ein bisschen ähnlich geschaut. Die Möglichkeiten sind fünfmal, dreimal als Spieler, zweimal als Trainer oder sechsmal, viermal als Spieler und zweimal als Trainer oder achtmal, viermal als Spieler und viermal als Trainer. Ich tippe er fünfmal. Spieler, Trainer. Weil er dann doch lange im Ausland war, schätze ich jetzt das, glaube ich, sechsmal. Ich glaube, dass das was mit seiner Rücken nochmals zu tun hat, kann das sein? Ich glaube, ein Spieler hat das fünfmal gewonnen als Trainer dreimal, also ich würde ihm acht Titel geben. Ich denke einmal, dass das schon die maximale Anzahl von acht sein wird. Sechs ist auch gut. Ich bleib bei fünf, weil es furcht. Und sage ich sechse? Drei mal als Spieler, zwei mal als Trainer. Seine Nummer, wie hat das gesagt? Sechsmal. 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 Sechsmal, das war sechsmal. Viermal als Spieler, zweimal als Trainer als Trainer. Die Antwort ist. Er hat alle seine sechs Cup-Titel mit Austria Wien gewonnen. Vier als Spieler in den Jahren 74, 77, 1980 und 1986 sowie zweimal als Trainer in den Jahren 1990 und 1992. Das ist leider nicht, dass er einfach dabei war. Du warst dabei? Ja. Bei Ole? Bei Ole, ja. Ich habe nur geglaubt, dass er bei einem nicht dabei war, wo er in Italien war. Da war immer die Zeit, wo er gerade da war. Es geht weiter und betrifft eine große Legende des österreichischen Fußballs. Welcher Spieler gewann nie einen österreichischen Cup-Titel? Die Möglichkeiten sind Hans-Grantli, Andreas Herzog, Toni Polzner. Boah. Ja, der Toni hat einen gewonnen. Herzog, Andi Herzog ist der Tag, ja. Ah, schon. Der Kranke, der Kranke, der Kranke. Nein, Polzner hat sicher einen gewonnen. Da hat der Kranke auch. Das muss der Herzl sein. Andreas Herzog. Der arme Andi. Da muss ich raten und sage Hans-Grantli. Ich glaube, der Andi Herzog hat gern. Andi Herzog? Ich sage, der Herzog hat nicht gewonnen. Ich weiß nicht warum. Ja, oder? Ja, B war das, oder? Ich sage der Andi Herzog, dann bin ich bei dir. Ich glaube, der Herzl, ja, weil wir haben nichts gewonnen. Der war nicht so viel länger. Der war nicht so lange bei Rapid, weil er war ja nur in Bremen. Er hat vier Jahre mit mir bei Rapid gespielt. Ja, da habt ihr gewonnen auf und für Leute die Ärmel. Wiener Stadthaltung. Und die Antwort lautet auch für mich ein bisschen überraschend. Andreas Herzog hat nie einen österreichischen Cup-Titel gewonnen. Meines Wissens hat er ihn zwar in Deutschland geholt, aber nie in Österreich. Hans-Grantli hat viermal den Titel geholt und Toni Polster auch bisschen wenig. Nur einmal. Der hat ja vorwiegend nach seiner Karriere bei Austria nur im Ausland gespielt. Schöne Grüße nach Israel. Wir müssen euch leider panieren in der Quali. Ja. 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 Ja.